Radna-Vali-Asana, auch Radna-Valjasana genannt, ist wörtlich die Stellung der Halskette. Radna heißt etwas wie Edelstein, Vali heißt etwas wie Kette, ist also die Halskette aus Edelsteinen. Garothe beschreibt unter Zusammenfassung mehrerer klassischer Hatha-Yoga-Techniken die Stellung wie folgt. Stehe auf und gib die Füße zusammen, Fersen und Zehen zusammen. Jetzt gib den rechten Arm hinter den Rücken und fasse dann mit der rechten Hand an das linke Handgelenk in der Höhe des Oberschenkels. Halte den Rumpf gerade und jetzt gib den Kopf leicht nach hinten und danach halte die Knie weiter gerade und beuge auch den Rumpf weiter nach hinten und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Radna-Vali-Asana, identisch mit Sana-Kadika-Sana.